Hallo zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch einen ganz ganz einfachen Trick zeigen, wie eure Suhe länger zu bleiben. Und zwar zeige ich jetzt erstmal, wie man das natürlich ganz normal bindet. Man geht da rein, dann zieht man das ganze Zeug hier zu, dass es auch einigermaßen gescheit hält. Macht dann hier einen Wickel rum, zieht das zu und wenn man das mal loslässt, sieht man, das ganze geht auch gleich schon wieder auf. Und da ist auch schon der Trick, und zwar macht man statt nur einmal hier rum, macht man zweimal rum. Dass das ganze dann hier so aussieht. Also einfach zweimal rumgewickelt statt einmal. Wenn wir das ganze jetzt zuziehen, dann geht das zwar auch auf, aber lang nicht so arg wie vorher. Wenn wir das ganze Ding jetzt binden und dann womöglich noch einen Doppelknoten drauf machen, dann wird das Ding vielleicht mal den ganzen Tag halten. Das war's mit diesem Video. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und ciao.